Ja, dann zum Thema Brexit bin ich immer noch für parlamentarische Demokratie. Das ist für uns Britte, das sind ein tried-and-tested Verfahren und ich bin sicher nicht dafür, dass die ganze Bevölkerung so willkürlich entscheidet über so kompliziertes ein Thema. Wir haben unsere richtigen Repräsentanten, sie sind ordentlich gewählt worden, sie tragen die Verantwortung für uns und ich bin völlig zufrieden mit diesem System.